Hallo. Willkommen zu Mariet erklärt Rennautos. Geht mal lauter. Woh! Bis zum nächsten Mal. Das läuft, ne? Also, film mal die Anker drehen, die sieht viel besser aus als ich. Also, meine lieben Freunde des YouTubes, ich führe euch mal hier rum. Hier sind wir bei der Box 16. Wir laufen hier rein, da sehen wir zwei hübsche Menschen. Hier liegen die Helme von Marcel, von Maren und einer Hübschel. Das ist der schönste von allen. Von einer unbekannten Person, die ich nicht kennen möchte. Ja, das ist das Race Engineering Team. Mit dem haben wir nichts am Mut, nur dass wir uns mit dem in der Box teilen. Hier sind die Werkzeugskisten. Und hier passiert die Magie. Das Taktische. Herzlich willkommen am Nürburgring. Ja, Freitag, Mittag. Wir sind hier schon fleißig am Testen für das Rennboard. Ich glaube, man kann sehen und hören, es ist ziemlich laut. Mir fallen auch gleich die Ohren ab. Ja, bisher läuft sehr gut. Ich habe schon im Auto gesessen. Aktuell ist jetzt der Tim im Auto und fährt jetzt den Long Run. Wollen wir noch was mit den Reifen probieren? Ja, jetzt gucken wir mal. Übliches Freitagsprogramm. Ich habe gespuckt. Ich habe gespuckt. Ich habe gespuckt. Wo gehen wir jetzt hin? Weiß ich nicht. Du bist hübsch? Danke. Sehr hübsch sogar. Danke. Ich bin so ein toller Freund. Ich mache Komplimente. Ja. Ich glaube, ich habe nicht gefilmt. Oder habe ich gefilmt? Das ist jetzt natürlich sauergerlich. Ja, so ist es besser. So ist es besser. Was? Guck mal, was man dann da so zieht. Ja, das reicht doch, oder? Eigentlich wäre ich jetzt gerade ins Auto gegangen, aber wir haben jetzt rote Flagge. Ich schätze mal, dass wir irgendwo Notfall war auf der Strecke. Ja, bis jetzt mal gucken, ob wir nochmal raus können auf die Strecke. Wir sind ja jetzt gerade noch Long Run gefahren. Es ist natürlich ein bisschen ärgerlich, dass wir den jetzt nicht zu Ende fahren konnten, aber ich meine, das Wichtigste ist, dass niemanden da auf der Strecke irgendwas passiert ist. Jetzt müssen wir mal abwarten. Vielleicht haben wir nochmal Glück und können nochmal raus. Gucken wir mal. Hallo, willkommen zu Narek erklärt Rendeautos. Geht mal lauter. Ich kann nicht mehr schreien, sonst habe ich morgen keine Stimme. Mach's runter. Soll ich kurz runter machen? Ja. Hallo, willkommen zu Narek erklärt Rendeautos. Heute das Lenkrad. Das ist ein Lenkrad. Hier kommt die linke Hand hin, hier kommt die rechte Hand hin. Man kann damit lenken. Ja, das ist das Lenkrad im Mercedes-AMG GT4. Sieht sehr spektakulär aus. Ich finde, es hat eine sehr coole Form eigentlich. Für diejenigen, die sich wundern, warum das hier so ausgespart ist, natürlich Gewichtsreduktion. Und wir haben hier unser Dashboard im Auto. Das heißt, das ist praktisch extra weggemacht worden, damit man hier freie Sicht auf das Dashboard hat, weil da ja die ganzen wichtigen Informationen sind. Das Lenkrad ist eigentlich sehr übersichtlich gestaltet. Wir haben hier den Funkknopf. Das ist, glaube ich, der Knopf, den ich eigentlich am öftesten drücke. Da habe ich die ganze Kommunikation mit dem Team über den Funk halt. Das ist ein Knopf für unser Trinksystem. Wenn man durchsetzt, kann man da drauf drücken. Da wird über so eine Elektropumpe direktes Getränk in den Mund gefördert. Die zwei Knöpfe sind da, um die Seiten auf dem Dashboard hin und her zu switchen. Hier haben wir Blinker links, Blinker rechts. Den benutze ich eigentlich nie. Ich blinke nicht auf der Rennstrecke. Das ist der Pit Limiter, ganz wichtig für die Boxengasse. Aktuell auf 60 kmh eingestellt. Schneller darf man ja nicht fahren. Da kann man einfach drauf drücken und dann Vollgas geben. Dann regelt der bei 60 kmh ab. Super coole Sache. Lichthupe. Sehr wichtig. Die benutzt man eigentlich auf der Rennstrecke die ganze Zeit einfach, wenn langsamere Autos vorhanden sind, um zu signalisieren, dass von hinten jemand schnelleres kommt. Einfach, dass der Vordermann sieht, dass von hinten jemand kommt und einfach die Aufmerksamkeit hat. Den Knopf benutzen wir, wenn das Auto im Stillstand ist, einfach um den Leerlauf rein zu bekommen. Da muss man einfach nur Kupplung treten und den Knopf drücken, dann geht der Automan schnell der Leerlauf rein. Das ist unser Scheibenwischer-Knopf. Den benutzen wir, wenn es regnet, um die Scheibe sauber zu machen. Soll ich mal drücken? Eigentlich ganz simpel, den kann man mehrmals drücken, um praktisch verschiedene Schnelligkeitsstufen einzustellen. Je öfter man den drückt, desto schneller wischt der. Wenn man will, dass der Wischer ausgeht, muss man den einmal lange gedrückt halten. Hier haben wir unser Spritzwasser für die Bronzscheibe. Aber der Wischwassertank ist eigentlich immer leer, weil es schmackt Gewicht. Wir wollen ja so leicht wie möglich sein mit dem Auto. Hier haben wir Fernlicht ein- und ausschalten. Eigentlich ganz simpel. Er hat nur zwei Funktionen, der Knopf. Hier ist der Startknopf für das Auto. Damit startet man den Motor und macht das Auto wieder aus. Das ist das Lenkrad. Eigentlich ganz übersichtlich. Die zieht zu, die zieht zu. Hoi. Hallo. Hallo. Was schön ist hier, deswegen? Ach so. Ich wollte sagen, dass ich sagen soll, dass ich zu spät bin, weil ich zu spät aufgestanden bin. Was aber nicht stimmt. Heute ist Samstag. Hoi. Heute sind da. Um halb acht? Keine Uhr. Ein bisschen sputen. Ja. Das passt schon. Um 8.20 Uhr muss ich im Auto sein und fahren. Um 8.20 Uhr musst du rausfahren. Wir haben 47 und ich esse gerade einen Teller Brot. Geil, ja? Eis im Griff. Was machst du? Hast du gerade reingezogen? Nein. tiss mit. Ja? Scheine- Ich Marek ist raus, Qualifying, AC, ja, war viel los, finde ich, als ich gedacht habe, um ehrlich zu sein, erste Runde war nicht ganz optimal, da war ich ein bisschen verkehrt, wir haben dann spontan noch eine zweite drangehängt, da hatte ich eine fast perfekte Runde, habe nochmal versucht, wirklich alles rauszuquetschen, was geht aus dem Auto und ich denke, die Zeit ist ganz in Ordnung jetzt. Also ganz in Ordnung ist wieder leicht untertrieben von Marek, ich habe noch nicht genau recherchiert, also nahe ich es mir nicht hundertprozentig fest, aber soweit ich das überreißen kann, hat der Junge jetzt die schnellste SP8T-Runde, auf der 24-Stunden-Variante und hat sich soeben auch in der SP10-Klasse, in der VLN-Variante, die schnellste Runde geholt. Ich glaube, mit einer 8.32.4 bisher jemals schnellst gefahrene Runde auf dem SP10-Auto. Also mal gucken, das ist natürlich geil, oder? Das ist eigentlich ein Twister. Ich hoffe, die passt ganz rein. Das sind eigentlich 750. Ah, okay. Oh, tatsächlich. Ich muss noch kurz ziehen. Ich möchte noch kurz ziehen. Oh, okay. 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 Das war's für heute. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020